Was ist die Energie der Schweizerischen Bundesbahnen? Täglich sind mehr als eine Million Reisende in einem der 10'000 Züge der Schweizerischen Bundesbahnen der SBB unterwegs. Die Energie für den Betrieb der Züge stammt zu mehr als 90% aus unseren eigenen Wasserkraftwerken. Klimafreundlich und kostengünstig. Noch günstiger ist allerdings diejenige Energie, die nicht gebraucht wird. Die SBB setzt deshalb zahlreiche innovative Energiesparmassnahmen um. So haben wir gemeinsam mit unserem IT-Partner Cuperior die Energieverbrauchs-App EVA entwickelt. Mit dieser lässt sich der Energieverbrauch unserer Züge darstellen. Das Lokpersonal kann sich so nach jeder Fahrt auf dem EVA-App ein persönliches Feedback zur Fahrt abholen. Ausserdem zeigt das EVA-App an, ob das jeweilige Messergebnis unter oder über dem Durchschnitt liegt von vergleichbaren anderen Fahrten. Unsere Lokführerinnen und Lokführer nutzen das EVA-App, um ihre Kompetenzen im energiesparenden Fahren weiter zu optimieren. Für die Anwendung mussten wir zahlreiche unterschiedliche IT-Systeme anbinden. Täglich werden somit über 30 Millionen Datensätze verarbeitet, komprimiert und veredelt. Mithilfe der SAP Business Technology Plattform und der Leistungsstaben SAP HANA Datenbank können wir die hohe Komplexität dieser Anwendung meistern. Das Team aus Softwarearchitekten und Entwicklern kann sich dabei auf die von SAP bereitgestellten Funktionen stützen und damit das System schnellstmöglich bereitstellen.